heute zeige ich euch meine top 5 sehenswürdigkeiten von funjal platz nummer 5 der markt von lavadores fliegel die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Platz Nummer 4, die Altstadt von Funchal, insbesondere mit den bemalten Haustüren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Und das ist hier der Botanische Garten. Wir sind mit dem zweiten Kabelcar hierher gefahren. Und jetzt gibt es einmal so eine Stärkung, ein Bierchen. Untertitelung. BR 2018 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 Was ist das? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020